Musik Mein Name ist Sarah Temel und ich bin Kinderbibliothekarin in der Hauptbücherei Wien. Heute lese ich euch das Märchen von den Gebrüdern Grimm, von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst. Es waren einmal ein Mäuschen, ein Vögelchen und eine Bratwurst in Gesellschaft geraten, hatten einen Haushalt geführt, lange, wohl und köstlich im Frieden gelebt und trefflich an Gütern zugenommen. Des Vögelchens Arbeit war, dass es täglich im Wald fliegen und Holz beibringen müsste. Die Maus sollte Wasser tragen, Feuer anmachen und den Tisch decken. Die Bratwurst aber sollte kochen. Wem zu wohl ist, den gelüstet immer nach neuen Dingen. Also eines Tages stieß dem Vöglein unterwegs ein anderer Vogel auf, dem es eine treffliche Gelegenheit erzählte und rühmte. Derselbe andere Vogel schallte es aber einen armen Tropf, der große Arbeit, die beiden zu Haus aber gute Tage hätten. Denn wenn die Maus ihr Feuer angemacht und Wasser getragen hatte, so begab sie sich in ihr Kämmerlein zur Ruhe, bis man sie hieß, den Tisch decken. Das Würstlein blieb beim Topf, sah zu, dass die Speise wohl kochte und wenn es bald Essenszeit war, schlinkte es sich einmal Viere durch den Brei oder das Gemüse. So war es geschmalzen, gesalzen und bereitet. Kam dann das Vöglein heim und legte seine Bürde ab, so saßen sie zu Tisch und nach gehabtem Mahl schliefen sie sich die Haut voll bis den anderen Morgen. Und das war ein herrlich Leben. Das Vöglein anderes Tages wollte aus Anstiftung nicht mehr ins Holz. Sprechend, es wäre lang genug Knecht gewesen und hätte gleichsam ihr Narr sein müssen. Sie sollten einmal umwechseln und es auf eine andere Weise versuchen. Und wiewohl die Maus und auch die Bratwurst heftig dafür bat, so war der Vogel doch Meister. Es musste gewagt sein. So spielten sie und kam das Los auf die Bratwurst. Die musste Holz tragen. Die Maus bat Koch und der Vogel sollte Wasser holen. Was geschieht? Das Bratwürstchen zog fortgen Holz. Das Vöglein machte Feuer an. Die Maus stellte den Topf zu und erwarteten allein, bis Bratwürstchen heimkäme und Holz für den anderen Tag brächte. Es blieb aber das Würstlein so lang unterwegs, dass ihnen beiden nichts Gutes vorkam und das Vöglein ein Stück Luft hinaus entgegenflog. Und fern aber findet es einen Hund am Weg, der das arme Bratwürstlein als freie Beut angetroffen, angepackt und niedergemacht. Das Vöglein beschwerte sich auch dessen als einen offenbaren Raubes sehr gegen den Hund, aber es half kein Wort. Denn, sprach der Hund, er hätte falsche Briefe bei der Bratwurst gefunden. Deswegen wäre sie ihm des Lebens verfallen gewesen. Das Vöglein, traurig, nahm das Holz auf sich, flog heim und erzählte, was es gesehen und gehört. Sie waren sehr betrübt, verglichen sich aber, das Beste zu tun und beisammen zu bleiben. Derowegen, so deckte das Vöglein den Tisch und die Maus rüstete das Essen und wollte anrichten und in den Topf, wie zuvor das Würstlein durch das Gemüse schlingen und schlupfen, dasselbe zu schmelzen. Aber ehe sie in der Mitte kam, war sie angehalten und musste Haut und Haar und dabei das Leben lassen. Als das Vöglein kam und wollte das Essen auftragen, da war kein Koch vorhanden. Das Vöglein warf bestürzt das Holz hin und her, rufte und suchte, konnte aber seinen Koch nicht mehr finden. Aus Unachtsamkeit kam das Feuer in das Holz, also, dass eine Brunst entstand. Das Vöglein eilte, Wasser zu langen. Da entfiel ihm der Eimer in den Brunnen und es mit hinab, dass es sich nicht mehr erholen konnte und da ersaufen musste. Hallo, mein Name ist Barbara Eichinger von der Hauptbücherei der Stadt Wien Büchereien. Ich habe euch vier Märchenrätsel vorbereitet und mal sehen, ob ihr die Antworten erratet. Nummer 1 Im tiefen Wald ein Häuschen stand, zwei Kinder fanden es Hand in Hand, sie hatten gerade genascht, als sie die Hexe überrascht. Nummer 2 Kennst du einen König, einen grünen kleinen, bestimmt wiegt er nur wenig und hüpft auf vier Beinen. Nummer 3 Und Nummer 4 Ein Königskind war zart und fein, die Mutter wollte schöner sein. Das Kind zu töten war ihr Sinn, deshalb ging sie als Händlerin und bot ihm Kamm und Apfel an. Wie heißt das Märchen? Sag es an. Hallo, mein Name ist Valerie, ich komme aus der Zweigstelle Schwendermarkt und ich lese euch heute eine Geschichte aus dem Buch Wer fürchtet sich vor dem Lila Lachs? Ein Märchenbuch von Elisabeth Steinkellner und Michael Rohr vor. Die Geschichte heißt Aufstand der Märchenfiguren. Ich will keinen Prinzen, ruft Schneewittchen, reißt sich die Krone vom Kopf und wirft sie auf die Erde. Ich will viel lieber bei den sieben Zwergen bleiben. Genau, stimmt die Müllers Tochter ein, öffnet ihren streng geflochtenen Zopf und fährt sich lange mit beiden Händen wild durchs Haar, bis dieser nach allen Seiten absteht. Ich will auch keinen Prinzen, ich will das Rumpelstilz hier ein Heiratner. Und ich, ich habe es satt, dass die Stiefmütter in den Märchen immer die Bösen sind, empört sich die Stiefmutter von Hänsel und Grete und stemmt die Hände in die Hüfte. Ich liebe nämlich meine Stiefkinder und ich bin gut zu ihnen. Ganz meiner Meinung, ereifert sich die Hexe. Ich bin eine warmherzige, weise Frau mit gutem Menschenkenntnis und hervorragendem Kräuterwissner. Wie komme ich dazu, dass ich ins Feuer gestoßen werde? Unerhört ist das. Jawohl, poltete die Fee und donnerte ihren Feenstab an die Wand. Wieso muss ich diejenige sein, die Dornröschen verflucht? Ich habe überhaupt nichts gegen das Mädchen. Was jammert ihr da? Schaltet sich der Prinz ein. Für mich interessiert sich überhaupt kein Mensch. Ich darf immer erst im letzten Moment auftauchen und irgendeine Prinzessin mit aufs Schloss nehmen. Niemand fragt mich nach meiner Frisur, nach meinen Hobbys oder ob ich überhaupt mit so einer zickigen Prinzessin zusammenleben will. Und ich, zeterte eine der sieben Zwerge, trete immer nur in einer Gruppe auf. Ich will auch mal im Mittelpunkt stehen und eine Hauptrolle spielen. Und dieser verflucht lange Bart hängt mir beim Essen immer in die Suppe. Ich habe für allemal genug davon. Ich, wie der Robin, scheine mit nichts anderem beschäftigt zu sein, als mit der Verheiratung meiner Töchter, ärgert sich die alte Königin. Dabei hätte ich selbst gerne einen jungen Prinzen anstatt eines altersschwachen Königs. Also wirklich, faucht der alte König die Königin an. Ich wüsste mir auch etwas Besseres mit meinem Reichtum anzufangen, als dir ständig, um viel Geld, die teuersten Klamotten zu kaufen. Habt ihr Verwöhnten keine anderen Probleme, schnaubt der arme Handwerksbursche. Ich muss immer erst mit großer List und unter schwierigen Bedingungen zu Geld, Frauen und Reichtum kommen. Wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit? Und ich, gesteht der Wolf und tritt verlegen vor einem Bein aufs andere, Bin eigentlich sehr gut mit Rotkäppchen, gefreundet. Ja, nickt Rotkäppchen, und ihre Wangen werden so rot wie das Käppchen. Ich hab die Nase voll davon, schimpft die Großmutter, dass ich immer das alte, gebrechliche Altoma auftreten muss. Ich fühle mich frisch und gesund und ich will eigentlich einen Aerobik-Kurs machen. Ich hab es noch viel schlechter erwischt, klagt das hässliche Entlein. Ich werde seitenlange von allen gemobbt, weil ich so ungewöhnlich aussehe und alle Enten mich so hässlich finden. Und alles nur, weil die einfach zu blöd sind, um zu erkennen, dass ich gar keine Ente bin, sondern ein Schwan. Was für eine schwachsinnige Geschichte. Mich nervt es, dass ich ständig das einsame Ungeheuer spielen muss, brummt der Drache. Ich würde so gern mal eine Party schmeißen und allen zeigen, dass Drachen sehr freundlich und gesellig gewesen sind. Und ich, säufzt der Zauberer, wünsche mir nichts sehnlicher, als ein ganz normales Leben zu führen. Ohne Magie und Zauberkunst. Einfach mal im Schaukelstuhl sitzen und ein bisschen Radio hören, das wäre so toll. Und der lange Zauberermantel ist furchtbar unpraktisch, wenn ich auf die Toilette muss. Es ist eigentlich alles ein Riesenschlamassel mit diesen Märchen, fasst der Riese die Beschwerden der Märchenfiguren zusammen. Alle nicken. Ich gehe, beschließt die Schneewittchen. Kurze Hand steigt aus ihrem gläsernen Sarg und schreitet davon, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen. Gute Idee, sagen die anderen. Und sie klettern aus dem Märchenbuch und ziehen fort in die weite Welt, ohne zurückzuschauen. Adieu, ruft ihnen der Märchenerzähler hinterher und klappt das Märchenbuch mit den leeren Seiten zu. Und leise fügt er hinzu, ich wünsche euch viel Glück da draußen in der weiten Welt. Und leise fügt er hinzu, ich wünsche euch viel Glück da draußen in der weiten Welt.